Also Multi-Hals sind fortlaufend wachsender Begeisterung ausgesetzt. Ja, ja. Das ist so. Ja, okay. Du siehst auch nicht, dass es irgendwann mal anders wird, oder? Ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber bisher war es immer so, wir haben immer zu wenig Boote. Aktuell sind Lieferfristen bis 2028. Also Menschen, die heute bei uns ein Schiff bestellen, müssen bis zu sechs Jahre warten. Das ist aus meiner Sicht sensationell. Ja, das ist schon krass. Wie siehst du die Preisentwicklung am Markt? Sind die Boote den Preis noch wert? Ja, klar. Also wir rechnen ja immer wieder mal gerne rückwärts in D-Mark oder sonst was. Aber ein Boot, mit dem man heute gut um die Welt segeln kann, als Neubau, ein Katamaran, konfiguriert nach eigenen Wünschen, startet unverändert bei 300.000 Euro.